Einen ganz wundervollen guten Tag und herzlich willkommen nochmal zu einer Runde Python. Heute wollen wir uns um das Schlüsselwort Assert kümmern. Assert, ähm, nun ja, es ist eigentlich mehr für Debugging-Zwecke, das heißt, es bringt euch eigentlich nicht so sonderlich viel, das in einem richtigen Programm anzuwenden, außer ihr wollt es debuggen. Und ich meine, welches Programm, sind wir mal ehrlich, welches Programm schreiben wir, also richtig groß, ja, schreiben wir eigentlich, ohne dass es irgendeinen Fehler irgendwo gibt? Die Antwort ist relativ simpel, gar keins, ja. Deswegen, ich benutze es super gerne zum Debuggen und was ich dann mache, ist normalerweise folgendes. Wir nehmen jetzt einfach mal an, wir haben irgendeine Variable, die ist jetzt in unserem Fall wie immer 42 und wir müssen jetzt sicherstellen, dass die auch wirklich 42 ist. Nur damit ihr mal kurz die Syntax gesehen habt, dann kann man hier das Schlüsselwort Assert hinschreiben und dann schreibt man hier einfach 42 ist gleich ist gleich, weil, beziehungsweise andersrum war gleich gleich 42, das ist völlig egal, ja. Damit vergleicht man einfach, ob hier True rauskommt. Und wenn hier True rauskommt, dann passiert hier gar nichts, das zeige ich euch mal. Print Hallo Welt. Und wenn hier aber nicht True rauskommt, dann werden wir gleich was sehen. Also wenn ich das jetzt hier ausführe, dann kommt einfach nur Hallo Welt raus. Das Ding hatte quasi gar keinen Effekt, es ist nichts passiert, okay. Einfach gar nichts. So, wenn jetzt hier allerdings war nicht gleich dem Wert ist, also wenn hier nicht True rauskommt, das heißt, wenn hier False steht, dann passiert folgendes, dann stürzt mir das Ding ab mit einem Assertion Error. Und dieser Assertion Error, der sagt mir genau, was da eigentlich schiefgelaufen ist, weil ich hier eben ein Assert drin habe. So, das ist eigentlich auch schon alles, was es zu Assert zu sagen gibt. Das ist super einfach zu benutzen. Man benutzt es halt einfach. Im Endeffekt ist Assert nichts anderes als folgendes, folgende Aussage. If Condition, beziehungsweise genauer gesagt, if not Condition, Exit. Und dann eben mit einem Fehler einfach Exiten. Das heißt, wir beenden das ganze Programm, sobald diese Condition hier nicht mehr erfüllt ist. Jetzt, warum sollte ich das verwenden? Nun, sagen wir mal, ich habe ein sehr, sehr komplexes Programm. Und diese Variable hier, die ist jetzt nicht einfach nur 42 direkt gesetzt, sondern sie wird irgendwie errechnet, okay? Sie muss aber einen gewissen Wert haben und ich kenne diesen Wert. Oder sie muss zum Beispiel immer größer als 0 sein. Dann weiß ich genau, wenn hier dieses Assert fehlschlägt, irgendwas ist in meiner Berechnung schiefgelaufen. Dieser Wert, der darf nur größer als 0 sein. Wenn er gleich 0 oder kleiner 0 ist, dann stimmt irgendwas in meiner Berechnung nicht. Und wenn ich jetzt hier dieses Assert war größer 0 schreibe, dann, wenn alles richtig gelaufen ist in meinem Skript, dann weiß ich ganz genau, okay, es passiert hier rein gar nichts. Während wenn mir mein Programm abstürzt, dann sehe ich auch direkt, hey, dieser Fehler hier, der lag an dem Wert. Und das ist ziemlich hilfreich, denn dann kriege ich gleich rausgesagt, hey, hier stimmt irgendwas mit deinem Wert nicht. Das heißt, irgendwas ist mit deinem Algorithmus schiefgelaufen. So, das ist also die Variante, wie ich eigentlich Asserts ganz gerne benutze. Ich mache das normalerweise folgendermaßen. Und zwar, wir schreiben uns eine Funktion, def, ähm, foo, einfach jetzt mal. Und die macht einfach jetzt folgendes. Also sagen wir mal, ihr habt hier Parameter. Param 1, Param 2 und so weiter und so fort. Und jetzt haben diese Parameter einige Voraussetzungen, ja. Dann macht man das folgendermaßen. Man schreibt zuerst die Asserts für die Parameter. Das heißt, wir sagen, Param 1 muss größer als 0 sein. Und wir sagen, Assert Param 2 muss, ähm, zum Beispiel der Typ von Param 2 muss ein String sein, okay. Ähm, das heißt, wir schreiben hier einfach, ist ein String, ja. So, und jetzt sagen wir hier einfach, okay, wenn das der Fall ist, dann führen wir diese Funktion aus. Das heißt, wir sagen hier, ähm, zum Beispiel Return, beziehungsweise erstmal, also theoretisch kommt dann die Berechnung. Ich mache jetzt das mal wirklich so separat getrennt, wie man es machen sollte. Red ist gleich, ähm, Param 2 plus Str von Param 1. Und dann returnen wir, Return Red. Das heißt, wir haben so eine 3-gegliederte Funktion. Das ist eigentlich relativ guter Codestil sogar. Wir überprüfen, ob diese Parameterwerte hier okay sind, weil, ja, wenn, wenn die jemand falsch aufruft, dann sollte das natürlich nicht sein. Kann man aber auch mit einem ganz normalen, mit einer ganz normalen Exception machen hier. Also man kann dann auch direkt sagen, hey, ich werfe hier eine Exception, das geht genauso. Asserts werden häufig auch in Unit-Tests zum Beispiel verwendet. Ähm, aber ja, also manche machen das lieber so, und manche machen das lieber anders. Ich mag es nicht so gerne, wenn mir Fehler um die Ohren fliegen und ich weiß am Ende nicht mehr, wo der Fehler geflogen ist. So mache ich das eigentlich manchmal ganz gerne, wenn ich kleinere Skripts habe, ja. Und ja, dann kann ich einfach hier meine Funktion Foo aufrufen, mit, ähm, mit 42 und Hallo Welt, ja. Und dann passiert nichts anderes, als dass ich hier, ähm, das ganz normal rausgebe. Ich kann das hier jetzt auch noch printen, damit wir auch eine Ausgabe haben. Dann haben wir hier Hallo Welt 42, ja. Funktioniert wunderbar. Wenn ich jetzt hier aber plötzlich eine, ein Integer hier reinpacke, oder eine Zahl einfach reinpacke, anstatt eines Strings, ja, dann fliegt mir das Ganze natürlich um die Ohren, weil der Typ von dem Parameter 2 ist eben nicht gleich String. Ähm, das ist jetzt allerdings nicht so gutes Beispiel. Ich kann hier oben natürlich auch einfach reingeben, dass das Ding Typ String haben soll. So, und hier müssen wir dann halt auch noch kurz den Typ Int angeben. Ähm, dann passiert das automatisch, ja. Dann sehen wir hier, beziehungsweise eigentlich sehen wir es nicht wirklich, wir, naja, wir können es hier unten bekommen, als Fehler sozusagen, dass man hier einen Type String braucht und ein Integer hier gegeben hat. Können wir dann direkt in der IDE sehen, ähm, ist aber nicht zwangsläufig an einem Absturz beteiligt, während das hier wirklich zum Absturz eures Programmes führt, wenn hier der falsche Typ gegeben ist. In diesem Fall wäre es aber sogar egal, wenn wir hier einen, wobei, nein, eigentlich ist es nicht egal, ob wir hier einen Type String oder Type Int haben. In dem Fall ist es sogar tatsächlich wichtig, weil wir hier vorne das Ganze konvertieren müssen eventuell. Aber wenn wir jetzt natürlich noch so schreiben, dann sind wir plötzlich kompatibel für alle Typen. Also versucht, euer Skript so wenig restriktiv wie möglich zu halten, ja. Das heißt, wenn ich hier plötzlich sage, hey, ich verlange Type String und ihr könntet es auch anders lösen, so dass es für alle Typen gilt, dann solltet ihr immer diese Lösung bevorzugen, die dann plötzlich alles unterstützt, okay. Während wenn ihr hier sagt, hey, ich muss einen String haben, dann muss das auch wirklich einen Grund haben. Also zum Beispiel versucht ihr dann irgendwas komisches zu machen, was nur Strings können und eben Integer nicht. Dann kann man das natürlich so machen, indem man hier das einfach überprüft. Und ja, genau, das war ein Vorschlag, der von euch an mich herangetragen wurde. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ihr könnt ein bisschen was damit anfangen. Und ja, Asserts sind eigentlich ganz nützlich, wenn man mal kurz was debuggen möchte. Aber eben auch kein Muss, wenn man irgendwie, ja, ein ganz normales Skript schreibt. Es erleichtert euch vielleicht nur ein bisschen den Umgang. Alles klar, das war es von meiner Seite auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.